Die Beamten glauben den Brüdern und entlassen sie. Über Funk nimmt Rainer Weber Kontakt mit Jan Yildiz auf. Für die Beamten ist wichtig, dass sie die Aussagen abgleichen, um Widersprüchen nachzugehen. Also wir hatten zwei Tatverdächtige im Park. Da war der Gideon dabei, die haben uns mit einer Briefbombe beschmissen. Keiner verletzt. Die haben wir jetzt wieder entlassen. Die haben wirklich mit dem Rauschgift, mit dem Marihuana nichts zu tun. Während die Kripobeamten im Park sich umgeschaut haben, was jetzt Sache ist, wollten wir eigentlich losfahren. Konnten wir nicht, weil der Yannick dann sich entschlossen hat, doch nochmal uns etwas mitzuteilen, was für uns sehr wichtig war. Erzähl mal. Ja, also ich habe gelogen. Der Gideon und sein Bruder, die rauchen nicht. Die haben auch nichts gemacht und ich habe die auch nicht im Gebüsch gefunden im Park, sondern bei meinem Stiefvater. Der hat so einen genannten Hobbykeller und der ist eigentlich immer zu, aber heute war der offen. Bitte? Das kann doch nicht wahr sein. Die Kleine, die Leni ist noch da, die Dreijährige, passt auf sie auf, weil seine Mama ist ja auch noch arbeiten. Und stellen Sie sich mal vor, die kommt irgendwie an die Drogen dran. Meine Frage ist ja jetzt, haben wir einen Namen und eine Adresse noch? Ja, ja, er lebt ja jetzt seit einem halben Jahr da. Es ist Schillerstraße 16. Schillerstraße 16. Genau, Franz Kurz. Aber ich weiß auch gar nicht, ob sein Name da dran steht, aber es ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Hassel steht dran. Die Maßnahmen gehen, den Gideon einstellen. Egon für den 1323 kommt. Der Yannick hat seine Aussage, die am Anfang getätigt hat, dass diese Jugendlichen etwas damit zu tun haben könnten, revidiert. Jetzt hat er wieder zurückgenommen und zwar sieht wie folgt aus. Sein Stiefvater besitzt einen Hobbyraum. Aus diesem Hobbyraum hat er das Gras entwendet und wollte dieses dann seiner Tante zeigen, um herauszufinden, wie man jetzt weiter vorgeht. Ich wiederhole, der Stiefvater sei wohl hier derjenige, dem das Gras gehört. Warte mal. Ich kriege hier gerade eine Nachricht. Okay, habe ich soweit verstanden. Moment, warten bitte. Jan Yildiz schickt die mit der Kamera aufgenommene Aussage an die Kripo, damit alle denselben Kenntnisstand haben. Der Spürhund war damit überflüssig. Die Drogen im Park waren frei erfunden. Wir haben jetzt den Hinweis gekriegt, dass die Trauschelvertretung gefunden wurde. Okay. Das hat aus einer Wohnung in der Schillerstraße 16 stand. Da würden wir uns jetzt mit weiteren Kollegen von der Schupo treffen und da einfallen in die Wohnung. Ich denke, bis dahin haben wir auch den mündlichen Beschluss zumindest. Und ich würde ganz gerne mitnehmen. Ja klar, nehme ich den Hund auch mal mit. Alles klar. Fährst du uns einfach hinterher? Mach ich. Ja, bis gleich. Alles klar. Der Einsatzort befindet sich am anderen Ende von Duisburg im Stadtteil Rheinhaus. Dorthin haben die Kripo-Kommissare auch ihre Kollegen von der Schutzpolizei bestellt. Sie müssen sofort handeln, weil die dreijährige Schwester des Jungen in der Obhut des Stiefvaters ist. Und da dieser anscheinend Drogen konsumiert, besteht akute Gefahr für das Kleinkind. Die folgende Lage, wir vermuten hier in dem Haus eine Cannabisplantage. So, wir werden die Wohnung... Okay, nochmal hier. Hallo. Da ist auf jeden Fall Licht. Und oben ist eine Person... Wo kommt die Musik her? Die kommt von hinten. Und da ist auch eine Person, die man halt jetzt nicht wieder... Männlich, weiblich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall befindet sich da jemand. Gehen wir da zuerst hin, oder? Ich schau dir auch mal an. Ja, das sieht trotzdem leer aus. Ja? Ja. Oder... Gehen wir mal... Hallo. Hey! Hey, hallo. Ja, guten Abend, ist denn die Party schon vorbei? Ich denke, ich fang gerade erst an. Ja. Wir haben im hinteren Bereich des Grundstückes auf dem Dach von so einer Partyhütte eine junge Dame angetroffen, die offensichtlich unter Drogeneinfluss und Alkoholeinfluss stand. Sie hat einen Joint in der Hand gehabt, sie hat ein Bier in der Hand gehabt und hat da irgendwie alleine Party gefeiert. Als wir aber auf der Dachterrasse, würde ich es mal nennen, standen, konnten wir im Fenster eines des Hauses, in einem Fenster des Hauses, Bewegung von einem kleinen Menschen wahrnehmen, was uns zu der Vermutung brachte, dass es sich dabei um die kleine Lena handelt. Was denn das? Bist du was für ein kleines Kind? Kind? Ja, eine kleine Lena. Was für ein Kind? Na klar, du wirst nicht. Jetzt komm mal mit runter, Pippi Maus. Das Kind scheint unbeaufsichtigt zu sein. Und tatsächlich bestätigt sich die Vermutung, als die Beamten den Stiefvater finden. In eindeutiger Situation. Schönen guten Abend, die Polizei Duisburg. Hallo. Polizei Duisburg. Guten Abend, die Kripo. Guten Abend, Kriminalpolizei. So, wir brauchen dich gleich mal eben. Das ist doch nett. Was ist denn hier für eine Party? Ja. Wer sind die beiden denn? Gehören sie hier ins Haus? Herr Kurz. Franz Kurz. Sind sie? Ja? Okay. Wo ist... Wo ist die Tochter? Genau. Wo ist die Klärlina? Die ist oben. Alleine? Wie? Warum ist die denn hier? Noch ehe die Polizisten nach dem Mädchen suchen, taucht die Mutter des Kindes auf. Sie versucht zunächst auf das Kind beruhigend zu wirken und schimpft nicht wegen der herumliegenden Süßigkeiten. Was machst du denn? Was machst du denn? Hallo Mäuschen. Alles gut? Hast du die ganze Schokolade gegessen? Wo war denn der Franz? Mäuschen. Sag mal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaub's doch nicht. Wo ist die Hilde denn? Wir drehen das alles in Ordnung. Okay. Komm mal hier. Wir werden uns jetzt mal um den Doop kümmern. Ja, wir gucken hier oben erstmal und dann schauen wir weiter, oder? Alles klar. Du hast die ganze Schokolade gegessen. Die Kripo-Kommissare sind sicher, dass in dem Haus noch mehr Drogen versteckt sind. Sie lassen deshalb den Rauschgiftspürhund danach suchen. Der trainierte Hund schlägt bei einem geparkten Auto auf der Straße an. Ein gutes Versteck. Aber nicht gut genug. Guck doch mal rein. Siehst du was? Ich glaub, wir haben den Jackpot gefunden. Warten wir. Warten wir. Der hat einen Lumenladen. Der kriegt nicht genauer kennen. Wo ist denn ... Ich lass mal. Schick mal ihn raus mit dem Schlüssel. Ah, Sie haben einen Schlüssel? Der Mann auf der Wolke. Bleibt mal da stehen. Der hat den Schlüssel, aber die Frau. Ne. Ja. Sag mal, was ist das denn? Bist du gescheuert oder was? Du hast sie dann nicht alle. Okay, gut. Und Sie bleiben einmal ganz kurz ruhig. Wir wollen jetzt auch nicht, dass wir zwei hätten. Guck mal hier. Ja. Hier. Alle drin. Pflanzen. Dopp. 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 Dopp.